So, willkommen zum zweiten Teil. Jetzt geht es darum, das Feuer einzuheizen mit dem Leiter. Okay, sie will da einfach rundherum gehen, gut. Ob das funktioniert mit diesen kleinen Scheißteilen? Aber nicht so lange, gell? Was brennt sie da? Das Bild von Lee oder was? Oh nein. Wir müssen noch was reinwerfen. Ja. Ja, natürlich wird das nicht brennen. Hauen wir ein Holzstück rein. Es ist ein Holz, es wird brennen. Ist ja kein Eisen. Wie sieht es aus? Haube das rein. Gut. Reingeschmissen. Burn for the boundary, burn lock. Oh, ist Christa hin? Are you fucking kidding me? Okay. 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 You're fucking lying to us. What do you think you're fooling? You're listening to the truth and you don't get hurt. Oh, okay. Where's the rest of your group? I, I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's, it's just me. Come on, guys. Natürlich, helft mir das. Christa, run! Verdammtes Arschloch. Okay, was? Okay, Leute, scheiße. Nein, kacke. 3 in 6 Sicht. Ah, scheiße. Zombie. Junge, ich, ich bin da ja richtig kacke mit dir. Ah, ich weiß schon. Ah, sorry. Ich dachte, das muss man mit der Maus machen. Aber jetzt ist das mit den Tasten. Geh mir raus, kurze steiga. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Cue, qu', 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 qu'или, qu', 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 qu' Ó, ah, ah. Hat sich gerade den Fick abgebessen? hey weck da lass meinen fuß der sind sneakers und da kost ja was ich hab's doch geschafft aber das schlaf rein mit ihr ich finde gleich am armband drauf gehen also ich hab den arm ausgerissen scheiße what the fuck was denn das mohammed ali alter den steigen wir zuerst den hier siehst du es bleibt ja nicht ganz süß wir jetzt wasser motorboot oh scheiße das ist ja mal ein abenteuer ok der rektet bei dennis leonard wo also direkt der first part der first season art director direkt sarkaik sarkaik ok was hat sich das eigentlich jetzt gebracht dass ich die christa gerettet hat wahrscheinlich kommt sie später wieder muss zu sein so schau dir mal das boh an was ist da los ein kano was steht da ja keine ahnung ja da fahren ist einer hin kommst du da oben rauf kleiner müsste eigentlich gehen schaust du die kante so an gut ok treppe hoch ganz vorsichtig der ryser größte hier es ist nicht der typ der was vorher runtergefallen ist der doch ein brett im kopf ich hoffe es mal sie haben stark im kopf gut weiter geht's gibt es hier noch irgendwas irgendwas das ich übersehen habe die kreis die kreis interessiert doch keine sondern grafstein Jetzt wird wieder was zum Laufen sein Okay Wir sind jetzt im Verbotenen Wald Wir werden jetzt auf Harry Potter und Hagrid treffen Natürlich nicht So Ja, beware of Beware of Surroundings Gut Schlangen, Bären, Wölfe, Hunde und Nathesis Gefäße von allen Chihuahuas Drüber haben Okay Das ist mir hier laufen Ein kleiner Luftzug Clementine Clementine Ganz vorsichtig Boah, du verdammte Scheißkriege Okay Ganz langsam Nur geradeaus Das muss ein Hund sein Könnte auch ein Alligator sein Mit dem Halsband Hey, du Arschloch Äh, okay Pet the dog Ist es, dass Hunde nicht gebissen werden können Oder war es nur bei Dawn of the Dead so Nein, das mit den Hunden Das war bei Dawn of the Dead, ja genau Shelter Errungsschaf freigeschalten Das ist natürlich das Klassische Beispiel Einfach mal reinschreiben Hallo Hallo He looks pretty run over But you never know You never know what Oh, kein sehr Durchfall Ja, der Hund hat sowieso seinen eigenen Weg Er ist nicht so nützlich wie der Hund von I am Legend Gibt's hier irgendwas Ah, okay Tja, deswegen waren sie auch eine happy Familie Weil sie alles mitgenommen haben Diese Schweine Das ist doch April Von Teenage Mutern Ninja Turtles Was ist das? Eine Frisbee Scheibe Ja Kann man mit dem Mund spielen Hey, du Anna, alle Köter Gut, ja Das mache ich auch immer Ich habe mir auch immer Das Frisbee zwischen die Schenkel Okay, bring dich zurück Good boy Good boy Good boy Na, den kannst du selbst werfen Kleiner Kanarin Listerer Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe Das ist einfach so aus meinem tiefen Inneren rausgeströmt Okay, ich Langsam habe ich Bedenken, dass wir hier irgendwas finden werden Nah, ja, scavengers Are zombies What's up? Hey, yo Hey, yo Hey, yo I am so sick of that smell This isn't clue I can't messer It's okay He's dead Look, you can see the bite Looks like he tried to cut it out Meistens Oh, pfft Wie treten wir ihn denn jetzt? Ach, geschlagen wir ihn zuerst mit dem Stock Er will ja nicht reinspringen, glaube ich Da genügt nicht nur ein Schlag Was blubberst denn du so? Ich glaube, da muss nur noch einer reinhauen Alter, ein Maul Alter, was hast denn du für eine Metallplatte im Kopf? Noch ein einziges Mal We just have to stay out of their reach Wie das der Hund versteht Gib mir dein Messer Okay, er ist definitiv tot Hm Wird er auf das erste raten? Gib mir das Messer Ja, nimm's raus Wow, was sind denn das für Shorts? Was sind denn das für Jeans? Super rein, super fein Okay So, ich glaube, hier mache ich mal das Ende für diesen Part Und wir sehen uns beim dritten Servus Freunde Untertitelung. BR 2018